Wie lange ist es jetzt? Über 20 Jahre, glaube ich, an der Spitze von Eintracht Frankfurt. Mittlerweile eines der Vereine mit der höchsten Mitgliederanzahl in Deutschland. Dann hat er einfach die Eintracht unglaublich mitgeprägt. Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der die Eintracht atmet, fühlt, lebt, durch und durch. Ich sage mal, gefühlt für mich jetzt nach dem Adler ist Peter Fischer. Wenn ich mit Eintracht etwas verbinde. Und diese Leidenschaft, habe ich einfach wahnsinnig begeistert an ihm. Er war aber so leidenschaftlich immer dabei und habe großen Respekt. Und empfinde es jetzt persönlich auch als schade, weil ich ihn einfach, also für mich war Eintracht Frankfurt und Peter Fischer in diesen beiden Jahren, wo ich hier da bin, wie gesagt, wie Attila und die Eintracht. Nein, wir sind drei Punkte hinter Rang sieben, wie es jetzt ist. Also wenn wir Pokalsieger sind, sind es immer in Europa. Wenn es Leipzig wird, dann ist der siebte Platz in Europa. Wir wollen und können uns auch nicht darauf verlassen, das Finale zu gewinnen und dadurch fix in Europa zu sein, sondern wir haben zwei Möglichkeiten noch. Und wir wollen schon am 27. Mai definitiv in Europa sein. Dann lässt sich das Pokalfinale vielleicht ein Stück weit entspannter bestreiten. Was aber nichts daran ändern wird, dass wir das so auch gewinnen wollen. Also von dem her, nein, volle Konzentration und volle Kraft auf die Bundesliga. Also von dem her, nein, volle Konzentration und volle Konzentration und volle Konzentration und volle Konzentration. Also von dem her, nein, volle Konzentration und volle Konzentration.